Für den Modellbahn-Club Hoyerswerda findet am dritten Adventswochenende der Jahreshöhepunkt des Vereinslebens statt, die große Modellbahnausstellung im Vis-a-Vis in der Hoyerswerda Altstadt. An allen drei Tagen dürfen allerlei Modellbahnanlagen sowie Flug-, Schiffs- und Automodelle vom Modellbau-Club Hoyerswerda begutachtet werden. Und da bald Weihnachten ist, werden gern Tipps und Kaufanregungen geteilt. Am Samstag wird zusätzlich Basteln für Kinder angeboten. Der Modellbahn-Club Hoyerswerda freut sich auf reichlich große und kleine Gäste.